Ich freue mich, dass wir in Oberfranken sein können, in Coburg sein können und dass die Zugverbindung von München-Ost einigermaßen pünktlich war. Rieke Gohne hat davon gesprochen, die Grünen wachsen, wir haben einen Mitgliederzuwachs und wir wachsen auch erfreulich in Umfragewerken. Die jüngste Umfrage des Bayern-Trends sieht uns aktuell bei 17 Prozent bayernweit und das würde bedeuten, dass du, wenn diese Ergebnisse sich realisieren, bei Wahl nicht mehr die einzige oberfränkische grüne Abgeordnete wärst, sondern dass wir auch in den Bezirken in Bayern natürlich mehr grüne Griffe, mehr grüne Präsenz zeigen könnten und damit auch grüne Politik stärker zum Tragen bringen können. Wir starten bestärkt, beschwingt und hoch motiviert in dieses Jahr 2011, natürlich auf der Grundlage dieser erfreulichen Umfrageergebnisse. Das heißt für uns, dass wir immer mehr Unterstützung finden für unsere Politik in immer breiteren Kreisen in der Bevölkerung, dass unsere Themen mittlerweile in vielen Bereichen Mehrheitsthemen geworden sind, dass wir es in vielen Jahren grüner, kontinuierlicher, glaubwürdiger Arbeit geschafft haben, aus Minderheitenthemen Mehrheitsthemen zu machen, was die Energiepolitik angeht, was den Klimaschutz angeht, was die Bildungspolitik angeht, was die Integrationspolitik angeht, alles Themen, die früher mal sogenannte Minderheitenthemen waren, die heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und wo wir den Trend gesetzt haben und wo wir heute im Mainstream sind. Das Umfrageergebnis des Jüngstes zeigt auch, dass die Weichen auf Grün stehen, dass es nicht nur ein aktueller, konjunktureller Trend ist, weil gerade vielleicht die Stimmung mal ganz gut ist, sondern dass es ganz offensichtlich auch einen strukturellen Trend in Richtung Grün gibt, denn wir sehen, dass wir bei den Jung- und Erstwählern nahezu die stärkste Unterstützung haben mit 27 Prozent, da sind wir nur knapp hinter der CSU, die hier 31 Prozent haben, wir sind ja die zweitstärkste Kraft, da sehen wir, dass wir die Jugend haben, die jungen Leute haben, das Vertrauen der jungen Leute haben und dass das eben auch ein Trend ist, der sich in Zukunft fortsetzen kann. Wir sehen auch, was Anstellungsänderung angeht, Wertewandel angeht, gerade durch die Wirtschaftskrise merken wir, dass viele Menschen nachdenklicher geworden sind, was wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und auch hier sehen wir, dass wir Grüne buchen können mit unserem Konzept von nachhaltigen Wirtschaften und Verbindung von Ökologie und Ökologien. Also wir sehen durchaus sozusagen eine strukturelle Entwicklung unserer Gesellschaft auch in Bayern in Richtung Grün, in Richtung grüne Ziele. Das zeigt für uns auch, dass wir der Kristallisationspunkt innerhalb der Opposition sind. Wir sind die einzige politische Kraft in der Opposition, die dazu gewinnen konnte. Und es zeigt auch, dass die gesellschaftliche Veränderung in Bayern an uns Grünen hängt. Wenn ein gesellschaftlicher Gegenentwurf gewollt wird, gesellschaftlich grundlegende Veränderung, ein gesellschaftlicher Umbau, dann hängt es an uns Grünen, das zu thematisieren, Konzepte zu erarbeiten und die betreibende Kraft bei der Umsetzung zu sein. Wir sehen auch, dass wir der einzig ernsthafte Gegenentwurf zur CSU-Politik sind. Das heißt, wir sind Hoffnungsträger für viele Menschen in Bayern. Wir genießen zunehmendes Vertrauen in immer breiteren Bevölkerungskreisen. Und das heißt aber auch, dass das eine zunehmende Verantwortung für uns auch bedeutet, eine hohe Verantwortung für uns bedeutet. Und deswegen gehen wir genau die zentralen Themen an, die den Menschen auch in den Ländern brennen. Wie ist es mit der zukünftigen Energieversorgung? Wie gestalten wir die demografische Entwicklung, um diesem hohen Vertrauen, dieser hohen Verantwortung auch gerecht zu werden? Die CSU hat uns ja mittlerweile als Hauptgegner auserkoren. Wir nehmen das sportlich. Und wir nehmen auch die Auseinandersetzung gerne auf, natürlich. Allerdings in einem anderen Stil, als das die CSU tut. Wir werden in der Auseinandersetzung nicht persönlich beleidigt. Wir werden in dieser Auseinandersetzung auch keine Dreck schleudern, wie die CSU meint, das tut. Das unterscheidet uns von der CSU. Das zeigt aber auch die Panik bei der CSU, dass ganz offensichtlich die Grünen es sind, die ihnen am meisten zu schaffen machen. Gerade auch, was das Erreichen des sogenannten verbürgerlichen Lagers angeht. Diese Lagertheorie stimmt ja schon längst nicht mehr. Die CSU hätte uns gerne sozusagen im ganz linken Lager. Auch das stimmt nicht mehr. Wir wissen, dass wir gerade in der Mitte der Bevölkerung immer mehr Menschen erreichen. Deswegen hat die CSU Panik und versucht uns auf eine sehr übliche und niveaulose Art und geschmacklose Art und Weise anzugreifen. Aber wie gesagt, dieser Angriff schadet der CSU. Der schadet nicht uns, der nutzt uns. Die CSU hat sich damit ein Eigentum geschossen. Wir Grüne gestalten den gesellschaftlichen Umbau in Bayern. Wir packen die notwendige Modernisierung an an den zentralen Themen. Das macht auch den Unterschied zur CSU aus, die ja versucht zurück in die Vergangenheit zu gehen. Wenn wir uns anschauen in der Atompolitik, versucht sie eine Energiepolitik aus dem letzten Jahrhundert zu realisieren. Nicht auf die Zukunft zu setzen, die Zukunft sich in den erneuerbaren. Sondern diese Entwicklung zu bremsen. Stoppen können sie sie nicht, aber zu verzögern. Oder wenn wir uns die Integrationsdebatten, die Zwiebelnungsdebatten bei der CSU anschauen. Auch da versucht sie zurück in die Vergangenheit zu gehen. Schlägt die alten Schlachten wieder. Und ist offenbar nicht in der Lage, die zukünftigen Entwicklungen in Bayern zu gestalten. In der Wirtschaftspolitik haben wir das Motto, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Insgesamt in unserer Politik können wir sagen, wir haben die Überschrift mit grünen Ideen wollen wir auch schwarze Wähler erreichen. Die esperando sind bis zur Verfügung.